Ich bin stolz auf dich. Siehst du, jetzt wirst du wieder ein bisschen eine mutige Reiterin. Du musst einfach auf dein Bauchgefühl hören und nur das machen, wo du das Gefühl hast, es geht. Und dann musst du unbedingt lernen, dich am Hals festzuklammern und jederzeit abzuspringen. Also das Wichtigste ist auch das Runterkommen von einem Pferd. Also nicht nur das Hinaufsteigen und Reiten, sondern auch wie du in einer gefährlichen Situation so schnell wie möglich abspringst. Am Hals festhalten, runterschmeißen und dann geht's schon. Ich bin so froh, wenn ich bald wieder bei euch bin. Ich war jetzt drei Tage mitten im Dschungel und habe drei sehr schöne Tage gehabt, aber ohne Internet, ohne alles. Und jetzt bin ich wieder online erreichbar. Kussi, kussi. Ich liebe dich. Viel Spaß beim Voltigieren, mein Kind. Nächste Woche bin ich schon um diese Zeit nicht ganz. In zehn Tagen bin ich wieder in Europa und dann bin ich auf der Buchmesse, dann kurz bei meinem Vater und dann bei euch. Okay? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.